um mal die reine wechselschaltung mit zwei schaltern also hier ein wechselschalter hier ein wechselschalter die mal zu ergänzen was ist wenn ich mehrere schalter an einbinden muss ich habe zum beispiel ein flur hier hätte ich zwei schalter nötig jeder eine jeder andere also das sind die schalter die sind entsprechend angeordnet und ich will nur den dunklen flur beleuchten indem ich rein und raus gehe aber leute das habe ich alles schon mal in einem anderen video erklärt ist also kein problem wenn ihr hier oben entsprechende teaser auf blitzen seht und da steht dann was drin da könnt ihr ruhig aufgehen das video wartet hier also zwei türen okay was ist aber wenn ich hier eine dritte tür habe so na dann dann gibt es eine lösung und zwar die nennt sich kreuzschalter wird gleich klar warum der so heißt hier dieser schalter wird dann angebracht also wenn ich drei türen habe und das will einer rein und raus kreuzschalter weil der einerseits ein schaltzustand so schaltet und andererseits über kreuz bei der name wie funktioniert der gucken wir uns das gleich mal im anderen video an nächsten bild an und zwar folgender fall der zustand ist so keiner ist im flur und die lampe ist aus warum spannungsquelle ich fahre hier lang leute macht das ich mache das nicht für euch nur so sondern das macht auch jeder elektriker indem man mit dem stift einfach den weg des stroms abwehrt so hier alles aus keiner im flur also sollte auch die lampe aus sein damit wir keinen strom verballern so hier kommt der strom nicht weiter also kann ich hier wieder zurück zur spannungsquelle fließen jetzt kommt der fall jetzt kommt einer in dieser an diesem schalter an dieser tür hier kommt der das ist keine tür das ist der schalter kommt jemand rein und legt den schalter nach oben um so klick was passiert wir gehen wieder mit dem stift entlang der kreuzschalter hat sich nicht bewegt da war ja keiner an der tür und siehe da der strom kann zurück durch die lampe zur spannungsquelle fließen jetzt geht der weiter und geht an dieser tür wieder raus der schaltzustand noch mal gucken der war ja erst so jetzt schaltet der diesen schalter um der merkt nicht dass es ein kreuzschalter ist nach der merkt das nicht aber er geht hier schaltet diesen schalter und schaltet damit den stromkreis aus warum wieder lang gehen mit dem stift und gucken aha hier ist vorbei der strom kann nicht weiter jetzt kommt der nächste fall und zwar der ist raus das licht ist wieder aus und jetzt kommt hier einer rein und will durch den flur gehen so das heißt der schalter wird umgelegt klick und wir gucken der strom fließt aha überkreuz jawohl wieder durch die lampe zurück zur spannungsquelle das licht ist an und so weiter und so fort aber was ist wenn ich mehrere türen habe noch mehrere türen also ich einen weiteren oder noch mehrere kreuzschalter einsetzen muss gucken wir uns dazu dass man ich habe das mal aufgeschmiert wir gucken mal da sind 12345 kreuzschalter und zwei wechselschalter die brauche ich an jedem ende sonst klappt das ganze verfahren nicht so aber jetzt gucken wir mal ob die lampe wirklich leuchtet also wir fahren wieder ab hier geht es weiter hier über kreuz rüber in diesen zweig jetzt wieder oben in den zweig und nehmen an der steht jetzt wieder so ist egal wie die stehen jawohl die lampe kann leuchten gut jetzt nehmen wir an an diesem schalter hier der wird betätigt das könnte auch mit jedem anderen schalter machen jetzt betätigen wir den der war vorher auf kreuz geschaltet also sagt wieder nach fahren nach fahren nach fahren nach fahren und hier ist vorbei hier kann der strom nicht weiter also die lampe ist aus noch schnell zum schluss ein rätsel und dann erscheinen die links noch zu den anderen entsprechenden elektro videos wenn ich abends das licht ausmache einfach ausmache wo geht das licht hin wo geht das licht hin das könnte man einen physik lehrer fragen aber vielleicht kennt er den blöden witz schon wenn er es nicht weiß sagte naja dann müssen sie mal einen kühlschrank gucken gut also ich wünsche noch einen schönen sonntag macht's gut tschüss